Hallo ihr Lieben, ihr werdet uns bald in Speyer sehen und ich werde dort einen Workshop machen und zwar zum Thema ein Lebensstil der Anbetung. Ich möchte mit euch darüber reden, wer ist eigentlich Gott, warum sollte mir ein Anbeter, warum sollte mir diesen Lebensstil der Anbetung lebe, welche andere Möglichkeiten von Anbetung gibt es, schließt das nur Bereiche ein, wie zum Beispiel Worship oder ist es möglich in dieser Art ein ganzes Leben zu gestalten und ich werde mit euch etwas praktisch umsetzen, ich werde mit euch malen, ich komme aus der Malerei, ich werde mit euch ein großes Bild malen, wo dran jeder beteiligt ist und wir werden dieses Bild als Gesprächsgrundlage nachher verwenden, um über dieses Thema zu reden, um uns auszutauschen, dass wir die Gedanken von jedem und die Möglichkeiten eines jeden, der da ist, dass wir die auch in Betracht ziehen. Wir sind ein Leib, wir sind eines Geistes und ich denke, deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir jeden, der bei diesem Workshop dabei ist, hören und wie gesagt, voneinander lernen und miteinander einen Weg gehen. Ich freue mich auf das Wochenende, ich wünsche euch Gottes Segen und bis bald, macht's gut. Tschüss!